Willkommen bei Tore Dritte Tralala. Den Startschluss macht heute der HSV 2. Und zwar im Kollektiv. Eine Passstaffette über neun Stationen im feinsten Tiki-Taka-Stil. Vollendet schließlich durch Jonas Behunek. Eine andere Taktik verfolgt Braunschweigs Ahmet Canbas. Der macht nämlich lieber alles allein, aber nicht minder sehenswert. So ein Strahl nach diesem Solo. Respekt. Apropos Strahl. Der gehört auch ins Portfolio von Sandro Heskamp. Die Hintertorwerbung irritiert ihn anscheinend nicht genug. Unhaltbares Ding. Auch Melvin Kick kann kicken. Und kickt die Kirsche gekonnt in Knick. Schön von Kick. Den Rekord in Weitschießen hält diese Woche allerdings Burak Gentschal. Der nimmt nämlich fast von der Mittellinie Maß. Kann man machen. Letzte Woche hat Patrick Kreuz mit seinem Lupfer-Head-Trick auf sich aufmerksam gemacht. Was macht er wohl diese Woche? Na klar, was sonst? Aber Tore können auch schmerzhaft sein. Wie in diesem Falle. Darren Griffin senst Fatih Bönü Gryoglu ohne Rücksicht auf Verluste brutal um. Das muss doch rot sein. Aber es geht noch schlimmer. Yannick Stoffels trifft gleich beide Bälle. Und zwar die von Kai Pröger. Hören wir lieber mit einem Schmunzler auf. Traumflag... Doch nicht. Nächstes Mal Herr Zivkovic. Deine Ära.